Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von Leid, Erfahrungen mit dem Tod und Erlebnissen von grauenhafter Zerstörung. Diese Themen können vor allem bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen hervorrufen. Es gab ja jetzt keine Lesebücher und so, aber es gab doch die nur noch Adolf und Hitlerbücher. Und da hat die Lehrerin gesagt, schneidet überall das Hakenkreuz aus und dann können wir die Buchstaben lernen. Und das haben wir gemacht, wie so ein Käse hat es dann ausgesagt. Die Brandnacht 1944 Darmstadt in Flammen Nach dem verheerenden Angriff auf Darmstadt musste das Leben für die Überlebenden in der Stadt weitergehen. In dieser Folge von Die Brandnacht haben uns Julia Kühiert und Lars Leitsch, Zeitzeugen, die damals noch Kinder waren, erzählt, wie sich ihr Leben in den Jahren danach verändert hat. Die rund 50.000 Menschen, die in Darmstadt blieben, mussten in der ersten Zeit ohne Wasser, Strom, Gas und Telefon auskommen. Und auch von weiteren Bombenangriffen blieben sie nicht verschont. Am 13. und am 19. September gab es zwei Luftangriffe der Amerikaner, wo unter anderem das Elektrizitätswerk am Dornheimer Weg und die Industrieanlagen im Norden Darmstadt zum Ziel wurden. Den schwersten Luftangriff, gemessen an der Größe des Verbandes und der abgeworfenen Bombenlast, gab es am 12. Dezember 1944. Hier griffen 458 Bomber die Bahnanlagen und Industriebetriebe im Norden der Stadt an. Dabei wurden die Werksanlagen von Merck, Schenk, Röder, Röhm und Haas weitgehend zerstört. Und schließlich startete die US Air Force am Heiligen Abend einen Angriff auf den Griesheimer Flugplatz und weitere Bahnanlagen. Der Darmstädter Alltag war in der Zeit danach geprägt von Mangel und Improvisation. Die Menschen hausten, wenn sie nicht in weniger zerstörten Teilen der Stadt untergekommen waren, in notdürftig hergerichteten Wohnungen, Kellern oder Gartenhäuschen, in denen oft Türen und Fenster fehlten. Die Stadtverwaltung konnte nicht richtig arbeiten, weil ein Großteil der Akten verbrannt war, die Straßenbahnen fuhren weitestgehend nicht. Erst im Herbst 1944 konnten einige Teilstrecken wieder eröffnet werden. Die Wagen waren jetzt in Tarnfarben angestrichen, denn auch gegen Kriegsende war die Gefahr aus der Luft nicht gebannt. Vor allem Tiefflieger hatten Straßenbahnen und Züge weiterhin zum Ziel. Das letzte Bombenopfer war ein Zahnarzt aus Eberstadt. Er starb am 24. März 1945 durch eine Fliegerbombe, die in seinen Garten fiel. Trotz dieser chaotischen Zustände wollten viele Menschen, die zuvor evakuiert wurden, wieder nach Darmstadt zurückkehren. So wie Irene Holstein, die wir schon aus Folge 2 kennen. Sie wurde 1943 evakuiert und verbrachte einige Zeit in einem kleinen Ort an der Bergstraße. Nach der Brandnacht ging sie mit ihrer Familie zurück nach Darmstadt. Doch das war gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Denn dafür muss ihr Vater bestimmte Bedingungen erfüllen. Der musste schauen, ob er in seiner Firma, ob die noch steht. Mein Vater war Möbelschreiner. Und es war auch ein komplizierter Vorgang. Der musste, glaube ich, ein Arbeitserlaubnis haben. Dann musste er wieder eingestellt werden in der alten Firma. Und dann musste man genau nachweisen, dass man auch einen Platz zum Leben hat. Und das war ja gegeben. Und dann durften wir wieder nach Darmstadt. Dann haben wir wieder eine Zuzugsgenehmigung gekriegt. Dann haben wir mit drei Generationen in einem Siedlungshäuschen mit 50 Quadratmetern gewohnt. Für Holstein war es wichtig, wieder nach Hause, nach Darmstadt heimzukehren, weil sie dort ja einige Freunde zurücklassen musste. Also ich wusste schon vorher, dass die meine Freunde und Freundinnen alle noch gesund und munter sind. Und klar, wieder nach Haus, der große Garten. Und ja, vor allen Dingen die vertraute Umgebung. Die Freunde, die habe ich schön in den drei Jahren nicht vergessen. In der Zeit danach kehrte langsam wieder so etwas wie Alltag ein. Und Irina Holstein musste wieder zur Schule gehen. Direkt nach der Brandnacht hatte nur vereinzelt Unterricht stattgefunden. Denn nur sehr wenige Schulen wurden nicht zerstört. Außerdem wurden manche Schulgebäude dann von der Verwaltung und der Militärregierung genutzt. Nachdem aber die Amerikaner einmarschiert waren, musste der gesamte Schulunterricht zunächst eingestellt werden. Erst im Oktober 1945 begann dann wieder sowas wie ein geregelter Schulunterricht. Allerdings unter schlimmen Bedingungen. Viele Klassen mussten auf dem Boden sitzen, denn es fehlten Möbel wie Tische und Stühle. Im Winter mussten die Schüler selbst Brickets mitbringen, damit die Schule geheizt werden konnte. Bücher und sonstiges Lernmaterial waren Mangelware. Und die Klassengrößen schwankten zwischen 45 und 60 Kindern, da es nur wenige Lehrer gab. Lernen war unter diesen Umständen natürlich schwierig. Außerdem wurde der Unterricht im Schichtsystem abgehalten. Davon hat uns Irina Holstein auch erzählt. Was früher, als ich nach Darmstadt gekommen bin, mein Kindergarten war, das war dann die Schule. Und die große Schule, in die ich eingeschult worden bin, die war jetzt eine Bumme. Die war nicht mehr existent. Ich weiß nicht warum. Die Jungs waren von Mädchen getrennt. Und dann mussten wir eine Woche vormittags. Dann haben die Jungs nachmittags gehabt und umgekehrt. Also immer im Wechsel. Und das ging, glaube ich, bis zum sechsten... Ja, zwei Jahre bin ich hoch nach Bessungen gelaufen. Ich musste dann von der Heimstätten-Siedlung hoch bis an die Kaltstraße in die Monnerweg-Schule. Auch für Heinz Kussmann, den wir bereits in den ersten beiden Folgen gehört haben, ging es bald wieder in die Schule. Und zwar im Odenwald, wo er nach der Brandnacht bei Verwandten untergekommen ist. So wie er sind nach den Bombenangriffen 49.200 Menschen geflohen. Entweder in die Darmstädter Vororte, den Odenwald oder in die Bergstraße. Für Heinz Kussmann ging es aber schon bald wieder zurück nach Darmstadt, denn sein Vater, der an der Front war und wegen des Angriffs auf die Stadt Urlaub bekommen hatte, kehrte zurück. Aus seiner Schulzeit in Darmstadt ist Kussmann Folgendes in Erinnerung geblieben. Es gab ja jetzt keine Lesebücher und so. Aber es gab doch die nur noch Adolf und Hitlerbücher. Und da hat die Lehrerin gesagt, schneidet überall das Hakenkreuz aus und dann können wir die Buchstaben lernen. Schulbeginn in Darmstadt war für mich in der Bessunger Knabenschule und die hat ja nichts abbekommen. Und was mir da noch in Erinnerung ist, das ist die Quäkerzeit. Also Amerikaner haben ja doch Sachen gebraucht, gestiftet und gemerkt, sogar Schreibzeug. Und was von der Omis kam, das war das Beste. Da gab es eine Speisung im Hof, war dann ein großer Kessel oder mehrere große Kessel. Wir mussten dann in der Pause uns hintereinander schön anstrengen und hatten von zu Hause oder schon irgendwo ergattert, so einen Topf, wir nannten das Quäkerdippel. Und der Quäkerdippel und da gab es dann einen Löffel voll Reis oder sowas. Auf jeden Fall hatten wir alle an unserem Rantz oder im Rantz und mussten wir unseren Quäkerdippel haben, damit wir was zu essen haben. Während die Kinder gut mit den Amerikanern zurechtkamen und von ihnen auch mal Schokolade zugesteckt bekamen, war das bei den Erwachsenen anders. Das Verhältnis zwischen amerikanischer Besatzung und der deutschen Bevölkerung litt in der ersten Zeit unter den von der Militärregierung veranlassten Zwangsmaßnahmen. Viele unzerstörte Gebäude wurden für Armeeangehörige beschlagnahmt. Die Darmstädter Bewohner mussten in kürzester Zeit ausziehen oder sich im Keller ihres eigenen Hauses einrichten. Gasthäuser wurden in amerikanische Clubs verwandelt und das Böllnfalltor-Stadion nutzten die Amerikaner für ihre Baseballteams. Sie stahlen auch Möbel, Geschirr, Fahrräder und Autos und es kam fast täglich zu Übergriffen von US-Soldaten gegen die Zivilbevölkerung. Auch befreite Zwangsarbeiter nutzten die Übergangszeit zu Raubzügen und Diebstählen. Erst nach langer Zeit normalisierten sich die Beziehungen zwischen deutscher Verwaltung und amerikanischer Militärregierung. Auch der Wiederaufbau der Stadt hat sehr lange gedauert. Drei Millionen Kubikmeter Trümmerschutt bedeckten die Innenstadt. Bis zum Ende des Jahres 1946 konzentrierte man sich auf das Freiräumen der Straßen. Erst danach folgten die Baugrundstücke. Zunächst mussten ehemalige NSDAP-Mitglieder beim Räumen helfen. Da man jedoch nicht schnell genug vorankam, wurden alle männlichen Einwohner zwischen 16 und 60 Jahren verpflichtet, einem alle Monat bei der Trümmerbeseitigung zu helfen. Auch die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln war nach dem Zusammenbruch der Wirtschaftsstrukturen nicht mehr sichergestellt. Weil die meisten Geschäfte in der Innenstadt nicht mehr existierten, richteten sich die Inhaber in Ruinen ein oder versuchten, Baracken zu ergattern, um ihr Geschäft wieder eröffnen zu können. Trotz aller Bemühungen gelang es nicht, die Bevölkerung ausreichend mit Nahrungsmitteln, Brennholz und Kohle zu versorgen. Lebensmittelimporte aus den USA und England sowie die millionenfach versandten Care-Pakete konnten die Not lindern, aber nicht beseitigen. Auch unsere Zeitzeugen haben mitbekommen, wie ihre Eltern beim Wiederaufbau geholfen haben. Ludwig Weber aus Erheilgen hat sogar selbst mit angepackt. Dabei ist er nicht immer ganz legal vorgegangen, wie er uns erzählt hat. Darmstadt ist ja praktisch als Altmachneu auch gemacht worden. Aber das muss alles, das die Leute haben, das machen müssen. Die mussten das alles freimachen, die Straße frei. Jeder muss den Äußern machen. Manchmal war es nur ein Haufen Steine. Manchmal hat da eine Wand gestanden. Und da hat ein Balken und da war wieder was. Und dann musst du auch übergeben, dass dir nichts auf den Kopf fällt. Und dann hast du geguckt. Also das erste Mal, du hast genommen, was du kriegst. Die Hauptsache war gerade. Ich habe ja mit 17 schon ein Haus gebaut. Mit meiner Mutter zusammen. Ich habe alle Kopf gestüttelt, dass mir ich mit 17 den Keller aus, mit dem Chip, mit meinem Bruder zusammen. Wir haben Fundamente gemacht, Stahl selbst gemacht, Formen gemacht, Steine selbst gemacht. Dann gemauert, Wasserleitungen gelegt, Abflussleitungen gelegt, Lichtleitungen gelegt, Dachgedeckt. Alles, mit dem wir drei Jahre lang haben wir gebaut. Wir mussten nach Darmstadt Eisenträger aus der Trimmer holen, bei der Kellerdecke. Sandsteine von der Kaserne. Der Opa hat tagelang, monatelang mit uns gesessen, hat an der Backstelle den Speis abgekloppt. Und der ganze Suche, wenn sie aus irgendwelchen Häuser aus Darmstadt, wenn die Heizung rutscht, wäre das Haus fort. Aber auch außerhalb Darmstads geht das Leben weiter. Wie bereits erwähnt, flüchteten fast 50.000 Menschen nach der Brandnacht aus der Stadt. Wie auch Horst Schnur, der damals zwei Jahre alt war. Der spätere Landrat des Unwaldkreises wurde mit seiner Mutter am Morgen nach der Brandnacht mit einem Transporter evakuiert und kam zunächst in Kleinumstadt bei Verwandten unter. Wir kamen dann von Darmstadt nach Kleinumstadt. Von dort stammte mein Großvater. Und dort wurden wir halt untergebracht vom Bürgermeister. Eine Cousine von meinem Großvater, die musste Platz machen. Da musste ein Zimmer geräumt werden, dass wir ein Bett hatten. Und sie musste mit ihren beiden Söhnen zusammenrücken. Ihr Mann war auch im Krieg, war auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben. Wir hatten ja keinen Teller mehr, wir hatten keinen Löffel mehr, kein Messer und Gabel und nichts. Und da wurde es eingeteilt, dass wir also auch kochen konnten. Dann musste natürlich auch Holz beschafft werden. Damals waren das keine elektrischen Öfen, das waren alles Holzöfen. Man wurde gewaschen im Waschkessel. Wir hatten nichts mehr, wir waren im wahrsten Sinne, das war das Arm. Man muss sich das so vorstellen, was zieht man da überhaupt an? Was hat man für Kleider? Man hat ja nur einmal Kleider gehabt. Später, als die Amerikaner da waren, da hat es Kehrpakete gegeben. Mit Kleider, mit Lebensmitteln. Und die sind dann verteilt worden. Das war ein Gedrängel am Rathaus, der Lastwagen da gekommen ist. Und da haben sich viele Menschen sehr unhöflich und schofel benommen. Jeder wollte da vorne hin und wollte was haben und so weiter. Interessant waren die Lebensmittel, die da drauf waren. Also ich hatte ja noch gar nicht gewusst, wie Erdnussbutter schmeckt. Aber das war halt da drin, war da eingepackt in den Dosen. Das waren Militärdosen. Da gab es auch Kleider. Das meiste Zeug hat nicht gepasst. Das wurde dann getauscht und weitergegeben zu denen, die das gebrauchen konnten. Das war die Zeit, als die Amerikaner kamen. Horst Schnur wollte eigentlich nach Darmstadt zurückkehren. Das hat aber nicht geklappt, weil seine Familie keine Wohnung bekam. Im Gegensatz zu Irina Holstein. Bei ihr Vater einen Job bei der Heer hatte, wurden sie bevorzugt. Für Horst Schnur ging es im Laufe seines Lebens weiter in Richtung Odenwald. Wo er vor seinem Amt als Landrat Lehrer und Schulleiter an der Theodor-Litt-Schule in Michelstadt war. Dort sollte er Jahre nach der Brandnacht jemand Besonderes aus dem Luftschutzkeller wieder treffen. Nämlich Käthe Gratwohl. Auf deren Schoß Horst Schnur eingewickelt in einer Decke die Nacht verbracht hat. Während seine Mutter draußen in den Feuerwehrleutenhals. 1964 ist die Schule eingeweiht worden. 1965 wurde ich Schulleiter in der Theodor-Litt-Schule. Und da war es bei irgendeinem Schulfest. Die hieß Gratwohl. Und als Mädchen in der Brandnacht in dem Luftschutzkeller. Und das war ein reiner Zufall. Sie hat mich angesprochen. Sie wusste ja, wer ich bin. Ich habe ja auch meinen Namen nicht geändert. Sie hieß ja anders. Sie hieß ja nicht mehr Gratwohl. Sie war ja verheiratet. Sie hat mich angesprochen. Was war das für ein Gefühl? Ich habe ihr gesagt, ich war wie vom Blitz gerührt. Ich wusste ja erst gar nicht, was ich sagen soll. Es war ja so, ich wusste ja gar nicht, ob die noch leben. Ich muss mich dann auch erst einmal wieder fassen. Man ist ja dann mit allem, was man weiß, mit allem, woran man sich erinnert, ist man erst einmal geschockt und muss sich erst einmal wieder fassen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist sicherlich etwas sehr Eigentümliches. Das war die vierte Folge von Die Brandnacht, in der uns die Zeitzeugen erzählt haben, wie ihr Schulalltag und Leben nach der Brandnacht und während der amerikanischen Besatzung aussah. Sie haben ihren Eltern geholfen, Darmstadt wieder aufzubauen oder haben ein neues Leben fernab im Odenwald begonnen. In der nächsten Folge sprechen wir mit dem Darmstädter Stadtarchivar Peter Engels, der sich seit mehr als 30 Jahren mit der Brandnacht beschäftigt. Er ordnet die Schilderungen der Zeitzeugen ein und liefert weitere spannende Fakten zu dem Leben der Menschen vor 80 Jahren. Außerdem kommen alle Zeitzeugen noch einmal zu Wort. Sie haben uns gesagt, was die aktuellen Bilder in der Ukraine und dem Nahen Osten bei ihnen auslösen. Die Brandnacht ist eine Produktion von VRM und Darmstädter Echo. Redaktion Julia Kühhürth und Lars Leitsch. Produktion Mike Dornhöfer. Für Rückfragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns doch gerne eine Mail an audio-at-vrm.de. Im Medienbereich unter echo-online.de findet ihr noch weitere spannende Podcasts, Videos und Livestreams. Schaut gerne vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017